Leute, zeigt YouTube, was für ein toller Live-Chat ihr seid. Mit jedem einzelnen Herzchen von euch sorgt ihr automatisch dafür, dass die Jungs und Mädels, die bei YouTube vorbeigucken, ebenfalls sagen, da will ich teilhaben. Bis sie hören, dass ich singe und dann werden sie es nie wieder wollen. Aber warum so viel Herzchen, Leute? Jetzt muss ich wieder an Vivi denken. Ach, fickt euch. Allererste Controller, ist klar. Ich spiele immer zwischen 6-6 und 8-8. Es ist immer wieder, dass ich YouTuber sehe, die Videos machen und das geht 15 Minuten und der einzige Tipp ist, du musst deine richtige Empfindlichkeit finden. Das ist ein schöner Tipp. Das ist aber nicht der Tipp, wie man es behebt, sondern das Problem einmal erklärt. Was ihr machen könnt, um eure Empfindlichkeit zu finden. Startet höher, als ihr glaubt, dass es gut für euch ist. Wenn ihr sagt, ich bin so ein Spieler, so ungefähr wie du, 6-6, 7-7, 8-8. Startet auch gerne bei 9-9. Spielt nicht gegen Bots, das ist totaler Schwachsinn. Spielt Multiplayer, TDM, ein, zwei Runden. Und wenn ihr merkt, nach den ein, zwei Runden, es ist zu schnell, geht ihr immer einen runter. Einen runter. Bis ihr sagt, hier ist der Sweet Spot. Es gibt Tage, da fühlt man sich, als wenn es zu schnell wäre, dann könnt ihr noch einen runter gehen. Und es gibt Tage, da braucht ihr ein bisschen mehr, da könnt ihr hoch gehen. Bodenfahrzeuge ist egal, Fluggerät ist auch egal, wird für Warzone nachher interessant sein. Eigene Empfindlichkeit Pro Zoom. Was wir im Battlefield konnten, was wir hier können. Ihr könnt für jede Zoomstufe eines Visieres auswählen, wie hoch die Empfindlichkeit sein soll. Das heißt, das hier 1,0 niedriger Zoom ist im Prinzip normales Standardvisier, was ihr habt. Würde ich immer auf 1 lassen, damit ihr mit hier oben nicht komplett durcheinander kommt. Wenn ihr jetzt aber zwischendurch snipen wollt oder sowas, nehmt ihr hier von etwas. 5er, 6er, 7er, 8er, großer Zoom. Manche Sniper brauchen es sehr schnell. Für euch, wenn ihr immer switcht, macht es Sinn, wenn ihr hier hoch geht. Für mich, ich kann nicht snipen, ich bleib bei 1. Tastenbelegung Standardumgekehrt. So habe ich es, weil ich mit R1 schieße und mit L1 ziele. Glaubt mir Leute, es ist besser so als andersrum. Der Weg zu R1 ist einfach kürzer als zu R2 zum Schießen. So, vertikales Zielen ist klar, ist klar, das lasst ihr. Zielreaktionskurve. Wenn ihr das Gefühl haben wollt, was ihr immer in CODs hattet, bis zu Cold War, bleibt ihr auf Standard. Es gibt ganz wenige, die mögen Linear. Ich mochte Linear, hier in Vanguard mag ich es nicht. Dynamisch spielen sonst die meisten Pro-Gamer. Pro-Gamer schwirren darauf. Ich sage Standard ist am besten. Controller-Vibration aus. Wenn du Kampagne spielst, mach es an. Ansonsten willst du gutes Aim haben und das hast du nicht, wenn dein Controller andauernd vibriert. Trigger-Effekt aus. Ich habe Trigger-Stops bei mir. Ich brauche ihn sowieso nicht. Waffen-Feuer-Grenze. Unbedingt. Unbedingt aus. Ich weiß, Tidy, dass ihr Pro-Gamer und Leute, die richtig gut sind, schwören auf Dynamisch. Ich bin der Meinung, nicht. Waffen-Feuer-Grenze bedeutet, ihr müsst doller oder weniger doll drauf drücken, je nachdem, welche Waffe ihr habt, bis der Abzug sich löst. Das ist vielleicht wieder für die Kampagne ganz cool, aber nicht für den Multiplayer. Das heißt, aus. Übergangszeit Standard, das lasst ihr alles so. Controllerausrichtung, lasst ihr alles so. Der tote Bereich Mindesteingabe ist im Prinzip der Bereich von eurem Controller, wo sich euer Stick ein bisschen bewegt. Stick Rift hat fast jeder Controller, mehr und weniger. Ich habe schon drei kaputt gemacht von Sony, weil die PS5-Controller scheiße sind. Das hier ist standardmäßig auf 13 oder 10. Geht so weit runter, wie ihr könnt, ohne dass euer Fadenkreuz im Game sich automatisch bewegt. Umso niedriger das ist, umso schneller reagiert euer Controller auf eure Eingabe. Ich habe zum Beispiel beide auf 5. Das hier könnt ihr auf Max lassen. Hier bei Gameplay. Zielhilfe ein. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, Zielhilfe einzustellen. Es steht da, Präzisionsstarkes Verlangsamen des Zielens dann, wenn in die Nähe von Zielen gezielt wird. Mein Tipp bleibt auf Standard. Das ist die Standardeinstellung, die wir immer hatten, womit jeder immer zurechtgekommen ist. So, Anvisierhilfe ist nur für, ich glaube, Zombie und Kampagne. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr könnt ja auch Zombie ohne Aim-Assist spielen. Waffenstütze, wenn ihr es haben wollt. Automatischer Waffenwechsel, wenn die Waffe leer ist. Mein Tipp, macht es an. Schreckliches Gefühl. Letztes Magazin. Ihr schießt auf den Gegner, ihr tötet ihn. Ihr könnt nicht nachladen. Ihr wollt schießen, die Waffe ist leer. Und der Charakter steht da. Wenn ihr es so macht, wie hier, tauscht er automatisch die Waffe aus, geht in die Secondary. Blindes Feuern an. Meiner Meinung nach, wenn ihr hinter dem Versteck seid und es gibt die Funktion, nutzt es. Automatisches Klettern finde ich schwachsinnig. Ich will nicht irgendwo hinlaufen und automatisch klettert er. Das hier, automatischer Taktik-Sprint oder automatischer Sprint. Ich weiß, dass viele Warzone-Spieler damit spielen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht. Ich mag es nicht. Sprinten bricht Nachladen ab. Ihr schießt auf den Gegner, ladet nach, seht, dass noch ein Gegner kommt. Ihr könnt doppelt Dreieck drücken. Ihr könnt aber auch ganz einfach auf dem Laufstick, auf dem ihr sowieso seid, einmal kurz beim Nachladen nach vorne drücken, den Sprint ansetzen und er bricht das Nachladen sofort ab. Das ist kein nagelneuer Tipp, aber für euch vielleicht hilfreich. Tür einrennen, so Modern Warfare Style, lasst es an. Rutschverhalten würde ich immer halten machen, ist einfach viel angenehmer, ihr habt bessere Kontrolle darüber. Taktik-Sprint und Sprintenverhalten umschalten würde ich auch genauso lassen. Hier Einstellungen vorzunehmen ist wirklich unsinnig. Alles andere egal, hier müsst ihr gucken. Priorisieren interagieren bedeutet, wenn da eine Waffe liegt und ich auf der Waffe stehe und nachladen will, muss ich Viereck gedrückt halten. Wenn ich die Waffe aber aufnehmen will, brauche ich nur einmal Viereck drücken. Das finde ich angenehmer, weil es einfacher ist, eine Waffe aufzunehmen. Grafik, 120 Hertz in meinem Fall, ich spiele Leistungsmodus auf der PS5, ich kann es, Gott sei Dank. Helligkeit kenne ich ganz viel, die machen hier immer den hier. Wenn ich Helligkeit auf 100 mache, dann sehe ich mehr davon. Das ist Quatsch, Leute. Das ist so gut eingestellt, das Game zwischen 45 und 55 würde ich es lassen. Ich mag es ein bisschen heller, kommt aber auch darauf an, was für einen Gaming-Monitor ihr habt oder Fernseher. Farbanpassung, könnt ihr gucken, ist übrigens eine gute Idee, das machen wir auch mal live. Und zwar Feindfarbe, so hell wie möglich, ich will die Feinde immer sehen können. Sichtfeld, das ist ein Thema für sich. Es hat Vor- und Nachteile. Je höher das FOV ist, das Field of View, desto kleiner werden die Charaktere und Gegenstände darauf, desto flüssiger sieht es aus und desto größer wird der Winkel, auf dem ihr sozusagen spielt. Je kleiner das FOV ist, desto größer werden die Gegner, desto besser könnt ihr sie sehen, desto weniger Blickwinkel habt ihr aber auf die Karte. Stellt euch das so vor. FOV 80 ist so, so Tunnelblick. FOV 120 ist so. Müsste für jeden klar sein. Meiner Meinung nach, alles zwischen 100 und 108 macht auf der Konsole Sinn, weil es mit Controller einfach sonst bei 120, finde ich, zu schwierig ist, Gegner zu erkennen und zu treffen. Kamerabewegungen, so klein wie möglich. Und jetzt kommen die wichtigsten Tipps für Vanguard. Bewegungsunschärfe, aus. Bewegungsunschärfe, Waffen, aus. Tiefenschärfe, aus. Fidelity Cast, auch komplett aus. Das ist die Schärfe Szenenrenderings. Braucht ihr nicht. All diese Sachen sorgen dafür, dass euch schlecht wird, dass ihr Kopfschmerzen bekommt, dass ihr weniger von dem Game wirklich seht. Alles aus. Alles aus. Und hier, Texturstreaming auf Abruf. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr eine unbegrenzte Datenrate habt, was mittlerweile wahrscheinlich alle in Deutschland haben, macht es an. Das ganze Streaming der Texturen läuft also automatisch und ich habe bisher auch noch nicht gesehen, dass dadurch Probleme entstehen. Audio Test. Gesamtlautstärke 100% ist klar. Wenn ihr... Ich bin jemand, der ist sehr viel im Menü, weil er aufnimmt, weil er wartet. Ich mache also dann Musiklautstärke immer leiser, weil ich brauche die Musik da nicht. Wenn ihr jetzt Bock auf die Musik im Hauptmenü habt, lasst es an. Wichtig. Soundeffekt Lautstärke. Immer volles Rohr. Ihr wollt hören, wo eine Granate explodiert. Ihr wollt hören, wo ein Gegner nachlädt. Ihr wollt hören, wo ein Gegner langläuft. Das wollt ihr alles hören. Treffergeräusch könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich mag Vanguard. Audio Mix. Das ist komisch. Jedes Jahr gab es Höhenboost, Tiefenboost, Bassboost und und und. Gibt es dieses Jahr nicht. Ich habe jetzt alle ausprobiert und meiner Meinung nach ist Kopfhörer der Audio Mix, der euch am meisten hilft, Schritte zu hören. Der am meisten hilft, Granaten zu hören. Ich höre mit dem Rocket Khan sogar, wenn irgendwo ein Gegner steht und den Zündstift von der Granate zieht. Finde ich mega cool. Mono Audio könnt ihr auslassen, Sprach, Chat, eure Entscheidung. Interface. Hier gibt es zwei, drei Sachen, die ich euch empfehlen kann, die aber nicht Game Breaking sind. Wenn ihr hier weiter runter geht. Hier habt ihr, das ist ja Gott sei Dank endlich so, die Möglichkeit einzustellen, ob ihr zum Beispiel, das seht ihr jetzt gleich links oben, Server Latenz und Paketverlust. Was für einen Ping habe ich? Verliere ich, verliere ich Daten? Verliere ich Geschwindigkeit? Es gibt manchmal Tode, da ärgert man sich und fragt sich warum. Das hier zeigt euch dann in dem Fall links oben immer an. Habe ich jetzt welchen, habe ich keinen Paketverlust, wie ist mein Ping? Ob der Ping, der hier angezeigt wird, immer richtig ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe meine Zweifel. Minikartenform, quadratisch ist vorgegeben, ist auch das einzig Richtige. Bei runde Minikarte habt ihr ca. 15-20% weniger Abdeckung als bei quadratisch. Oh. So, Fadenkreuzbewegung. Kann man machen. Muss man nicht. Ihr könnt es rausnehmen, ich mache es mal raus, es macht keinen großen Unterschied. So, hier, das könnt ihr alles so lassen. Und hier bei Konto Netzwerk, könnt ihr die Verbindungsanzeige angezeigt machen. Dann seht ihr im Prinzip nachher auch, wenn ihr ins Menü geht, wie ist die Verbindung. Dadurch, dass ihr aber oben schon Paketverlust und Latenz drinne habt, braucht ihr es eigentlich nicht. Und sonst gibt es hier nur noch Crossplay und damit meiner Meinung nach die wichtigsten Einstellungen. Wenn ihr mich fragt, das sind die Einstellungen, mit denen ich schon immer am besten klarkomme. Dadurch, dass ihr alle ZV Einstellungen einzeln für euch anders machen könnt, ist es ein schöner Vorteil, dass man eben selber entscheiden kann und sagen kann, ich möchte zwischendurch eine was weiß ich was spielen und dann aber auch eine Sniper als Beispiel. Da könnt ihr hier komplett durchgehen und könnt sagen, okay, mit einem Fünfer Visier das hier, mit einem Vierer Visier das hier. So, das waren Live-Videos.